Willkommen zurück zu Elden Ring, ich bin euer Fiorobo und wir probieren es an dem Gargoyle, ja, wir probieren es an dem Gargoyle, der so netterweise einfach nix tut. Oh, wir können sogar einen Ritter rufen. Ups. Sehr schön, oh, ich hätte vielleicht das machen sollen, vorhin. So, ja. Oh, du hast Schaden raus, boy. Ich bin ja kein normaler mehr. Oh, okay. Danke dafür. Oh. Oh, ich bin trotzig, okay. Wo ist mein Ritter? Alter, warum mache ich so wenig Schaden im Verhältnis? Also, andere Leute, die ich sehe, die machen so krass viel Schaden. Warum mache ich nicht so viel Schaden? Bei Weih mache ich nicht so viel Schaden. Äh, Kriegsasche hier auf der Keule. Ich habe ein bisschen Geschick dabei. Let's... Kick die Skalierung von A auf I. Ey, ey, ey. Beileck. Was auch, geht's noch auf Skill auf dem Glaube. Standard Chip auf Schwer, ne? Hm, ja, ist eigentlich das Beste, was geht, glaube ich, gerade. Ja, ist von hier. Mäßige, oh, ich kann Eis machen. Aber auf Weiß halt. Hier kann ich vielleicht irgendwie eine Skalierung auf S oder so hinkriegen. Vielleicht schon mal ein Anfang, ne? Ja, genau, das ist ja ein Schaden hier, nur einfach, dass ich ein Unter... Einfach nur meine anderen Sachen, die ich hier als Heilig habe, ne? Irgendwie ja. Oh, wow. Ich denke, egal, was ich mache, ich kriege kein Essen, ne? Scheinbar nicht, ne? Schade. Jetzt haben wir noch Gravitation, könnte man machen. Wir hätten Feuer, ne? Auch noch... Das ist jetzt Blitz, ey. Feuerblitz. Und dann haben wir halt unser Heiligen Kram, ne? Und dann haben wir noch Eis. Warte, das Eis tritt. Oh, der ist echt ganz nice. Äh... Warum ist denn doof? So an sich gerade. Ich würde gerne meinen Katana... Ich kann ja auch noch mit Katana einfach so rumliegen. Okay. Da ist mein Katana. Äh... Ich würde nämlich gerne Blutung drauf machen. Blutung ist mega OP. Okay. Dafür brauch ich AK noch. Hm. Gutiger Schnitt. Gutklinge. Äh... Gutklinge macht... Oh, nur 3 FP? Nicht echt cool. So. Ja, machen wir auf einmal. Mal drauf. So, auf das Katana machen wir auch schon Blutungsschaden. Auf die hier kann ich leider keinen Blutungsschaden machen, leider. Aber gut. Ist halt so. Und ansonsten haben wir noch... Ach, auf das andere Schwert. Das hat ja schon Talent. Das, was wir geskillt haben, ne? Ja, so Special-Dinger. Die können wir leider nichts machen. So. Vielleicht mal probieren. Ich probiere mal mit meinem Katana in der Sphäre zu kommen. So. Und den Schild noch rein. Schön. Wir rufen uns sogar noch unseren Geist herbei. Dann. Ich hab vergessen. Ja. Was zu machen. Was ist das denn? Okay. Wäre natürlich super schön. Wenn ich... Ich würde nicht schauen und mir auslösen würde. So viel zu. Mal eben blocken. Oh. Ich block den einfach weg. Und auch nicht. Okay, das kann ich nicht blocken. Okay. Na gut, dann mach ich halt sicher, dass ich mit meinem Katana zu wenig Schaden mache, ne? Ich mache ja gerade mal die Hälfte an Schaden. Ich muss dann auf den Blutung Schaden hoffen. Okay, danke. Der Test hat mir viel gebracht. Habe ich gar nichts. Erstmal so. Naja, was ist alles. Okay, dann nehme ich halt nochmal mit. So. Erst Katana uns upgraden. Dann lasst du das mal so schön. Oh, ich bin weitergeguckt und stehen und habe. Dann laufen wir mal hier lang. Schauen wir mal eben. Hier haben wir uns aber auch noch nicht wirklich angeguckt, oder? Achso, du reagierst jetzt doch da drauf. Cool. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, du lässt mich eigentlich immer nur. Habe ich auch schon die Gründe satt. Jau, er greift mich aber ein bisschen an. Hätte er mich nicht sonst immer bis dahin in Ruhe gelassen? Bin ich jetzt blöd. Ich bin schon einfach blöd. Habe ich ernsthaft den hier nicht geholt? Doch, habe ich. Bin ich ja nicht hirngereist. Oh, ich habe meine... Habe ich ernsthaft meine Ruhe nicht mitgenommen? Oh. Stummkopf. I'm sorry. Ich bin da manchmal ein bisschen blöd. Die Ruhe hätte ich schon gerne mitgenommen. Wo sind sie denn? Da liegen sie, okay. Wieso liegen die hier? Hier war ich noch nie gewesen. Cooles Pferd. Dann können wir uns hier mal eben schon angucken. Auf der anderen Seite war es, glaube ich. Wo man dann runter jumpen kann hier. Und dann was noch holen kann. Mal gucken, das sieht doch auch noch Bosskampf hier aus, oder? Da meine ich das nur. Ich meine, das war direkt ein Lagerfeuer daneben. Da natürlich auch noch die Gnade. Dann was ist das Kampf hier? Nicht so sehr danach aus. Jetzt würde man hier Bosse kloppen wollen. Und ich war auf jeden Fall noch nicht hier gewesen. Ich würde mir das halten. Ja gut, aber das Ganze, die ganzen Typenkloppen für das eine Item. Auch ein bisschen komisch, oder? Das ist nicht allgemein. Umgekehrt mich hier an die Stelle. Nur diese kleinen Wichte. Keine Items. Sehr komisch. Sehr merkwürdig, oder? Oh, oh. Ich komme schon tot. Ich dachte, ich will weiter vorne an der Brücke. Ups. Get me. Ja, wir machen wieder eine Folge voller. Letzte Folge bin ich... Da habe ich nicht gestorben, ne? Da habe ich eine Folge voller Tode. Cool. Cool. Cool, 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 cool. Äh. Müsste hoch, ne? Ach, jetzt komme ich von hier drückter dran. Ach, guck mal, der kann auch diese Disco-Dinger werfen, oh. Hier? Endstuffed? Wow. Spiel links, ich auch, aber dann einfach mal, yo. Dein GPS hat gelaggt, äh. Geh mal wieder. Nach hinten. Weil da könnten wir uns auch noch umgucken. Wir sagen, da ist doch noch der Weg. Ich meinte. Habe ich jetzt den am Erdenbobben gekillt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Weil dann mach ich mich noch nicht mehr. Ja, wo? Liegender Drache. Ja, wir haben doch nicht viel Leben, hat sie auch immer noch. Nein. Nein, hier sind alles Bosse, 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 und alles furchtbar Bosse, weil, zu hart. Ah, da steht er noch, ne, ja. So, dann gehen wir von einem, kann ich, kann ich zwei Bosse-Leisten haben? Hehehe. Geh mal aufs Probieren. Ist er irgendwas? Ne. Okay. Gut, dann können wir den Bosse-Leisten auch da lassen, so. Ich weiß nicht noch, ob ich abgaben kann. Das habe ich ganz vergessen. Liste mal. Das Spiel ist nicht vergessen, so. Ach, ich wollte noch noch Eschos-Upgrade, ich will die Waffen holen, kann alle und so. Ich weiß, die Mausoleum reicht nicht, weil er irgendwo Dinger, aber... Wenn die war bald... Ne, ja wohl, ne. Ich hab hier immer noch keine, ne. Ich hab von den anderen so viel nur, die eine fehlt mir noch weiß, ne. Die Waffe stärken geht immer noch nicht. Mein Katana... Verstöken, wo ist denn das Katana? Da. Ne, was sag ich denn, da ist mein Katana, da ist mein Katana. Könnte ich upgraden, cool. Und hier könnte ich... Uh, die Motorklinge. Oder den hier. Wer ist da eigentlich, ne? Der Eskalierter wird weiß wird besser. Das macht mir Magie-Schaden. So, wiederum gegen die Dinger, aber... Der macht Blutverlust, der macht auch Blutverlust. Gravitation hat der, okay. Und das ist wichtiges Mondlicht. Das kann ich auf jeden Fall upgraden, das mach ich mal. Kann ich damit auch auf 7, okay. Gucken wir mal eben. Äh, ausrüsten, zack. Wo sind meine Katanas? Da. Okay, cool. Okay, das sieht eigentlich ganz fancy aus. Und das sieht... Auch eigentlich nicht schlecht aus. Aber... Wie cool aus, irgendwie. Und das heißt halt Meteor-Klinge, ne? Statt zu sagen, also... Könnte mein Katana werden. Hm, wo meine Katana ist meine Katana. Okay, dann upgraden wir die Meteor-Klinge. Würde ich schon was sagen. So. Da. Und weiter geht's gerade nicht. Schade. Äh, macht aber schon ordentlich Schaden. Sollte also den West-Westienthal... West-Westienthal... Äh... In diesem Moment, es müsste relativ gut sein. Wenn ich da noch Blutfett... Blutung drauf mache. Uh. Ja, sexy, glaub ich. Ähm, so. Wie viel Ruhen haben wir noch? 35.000 haben wir noch. Eieiei. Kick die einfach nicht weg. Naja, hier, die Tür meinte ich ja. Die würde sich öftern, weil dann würden wir vielleicht raus sind, dass sie in einer Parallelwelt leben oder so. Die ist auch weg, okay. Alter, warte, dann sagt sie jetzt noch was? Wo jetzt hier alle so weg sind. Das ist ja wirklich nur wegen dem einen Typen hier. Okay, dann also mache ich. Okay, ich war immer noch überlegen. Aus Vulkan, soll ich dir eine Vergrube verraten oder nicht? Und da war ich auch noch dran. Äh, komme ich nicht von Darkstack dahin? Vergrubefrage? 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 So, los, komm, mach mal gleich mal hier. Dann wird gleich mal unsere Meteor-Klinge gekommen. Muss ich jetzt aber noch ein Schütter anpacken? Jawoll. So. Cool. Äh, pip, pip, pip. Muss ja immer der Typ sein, ne? Den ich kämpfen soll. Ah, da ist ja ein Rufzeichen. Guck mal. Der blutige Wolf. Jawohl. Guck mal, nochmal. Machen wir mal, looky, looky. Dass dieser blutige Wolf so kann. Okay. Oh. Oh. Oh, das kann ich schon. Okay, der ist ganz... Ich treffe ihn einfach nicht. Ich hätte mir vielleicht mal... Blutung drauf machen soll, ne? Stimmt. Er ist tot, ernsthaft? Jetzt muss ich gegen zwei kämpfen, ernsthaft. So. So. Der blutige Wolf kommt weg. Haua. Oh. Von Magier weit genug wechseln. Sehr schön. Komm mal rein. Komm. Nein. Die Sonne sollte ich jetzt... An. Jawohl. Wollte ich trotzdem erledigen, oder was? Oh, da hat die Blutung eingegekickt. Sehr schön. Okay, haben wir euch auch beide besiegt. Wird besiegt, obwohl ich den einen besiegt hatte. Okay. Eine Gehilfe, die ich starte, war aber sehr... Schwach. Okay. So. Helm des Blutigen Wolfs haben wir bekommen. Oh, cool. Okay, äh... Ausrüstung. Noch hier irgendwo Blutfett, oder? Blutfett, klar. Kann ich das auch herstellen? Stimmt, oder? Äh... Blutfett da. Woher können wir jede Menge herstellen von? Nein. So. Oh, ich darf mal zehn Stück davon tragen. Okay. Juts. Schaden war jetzt... Schaden war jetzt... Naja. Okay. Soll ich mehr in Geschick investieren. Viel, viel mehr. Warte mal. Äh... Du machst auf Weisszeit. Wie viel Weisszeit haben wir? Weisszeit 23. Das ist auch nicht so krass, ne? Ja. Müsste ich jetzt mit der Köln hier direkt im Vergleich sehen, dann, ne? Können wir das nicht irgendwie anzeigen lassen? Ne. Leider nicht. Was haben wir hier noch bekommen? Nämlich an diesen Fehler aus Glad bei uns ein bisschen Wir haben eine Knochenhand Bekommen, okay? Und da ist ein Drache, ja. Genau. Wir haben uns ja gut gemacht. Wir haben auch noch ein Godric's Axt irgendwo, ne? Na, wo ist denn Godric's Axt? Den Bombenbogen, wo ist denn der Schlangenbogen, den haben wir bekommen, ne? Eine passive, okay. Hm. Godric, wo ist denn eine Waffe hier? Maja, da ist ja doch. Godric's Axt. Stärke und Geschick macht sie. Krasse, angebliche Waffe. Nicht so krass, finde ich, aber gut. Ja gut, äh, dann rüsten wir wieder unseren Hammer raus. Dann machen wir dich weg. Dafür den Zauber-Zauber rein. So. Okay. Gut. Ähm. Wir haben ja auch, stimmt, ich kann noch ein Gemälde holen. Wir waren ja hier. Hier war noch irgendwo ein Gemälde. Wir haben das eine Gemälde in der Stadt der Zauberer gefunden. Das können wir hier wohl irgendwo finden. Äh, genau, weiß ich gerade gar nicht. Äh, Inventar. Da müssen wir uns das sehen können, oder? Da, genau. Und da unten. Ja, glaube ich. Oh. Was denn? Waren wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Wir haben uns allgemein sehr schlecht hingeguckt in dem Gebiet. Wird ich sagen. So, dann können wir schon viel runterlaufen. Darunter ist das. Das ist auf jeden Fall ein Fieber-Stand-Vision. Okay. Du musst ordentlich leben. Voll in der Rune, neun. Okay. Man ist echt weiter unten. Okay. Ich dachte, das wäre hier irgendwo. Vielleicht. Weil in einem Video, was ich gesehen habe, der ist ja nur hierhin gereist. Was ist das zu legen, aber gut. Wenn es nicht hier ist, das ist halt nicht hier, ne? Mich auch nicht erinnern. Dann gucken wir uns aber eben schon hier nochmal um. Das ist nämlich auch erledigt. Manche Dämen sind mir da. Okay. Schon gewesen. Okay. Schade. Nichts Besonderes gefunden hier. Außer noch ne. Schöne Rune. Reden Drachen haben wir ja schon erledigt gehabt. Bei der haben wir es hier auch gut liegen gelassen. Wir haben vielleicht noch. Glaube aber nicht. Ne. Okay. Außer die Krisendrachen da hinten in dem Sumpfgebiet. Die waren ja noch übergeblieben. Naja. Also hier auf der Kreuzung. Gut. Da haben wir das erledigt. Das erledigt war. Und wie war das Nächste? Nächste Frage. Aus Vulkan. Wer solltest du verraten oder nicht? Ist die Frage, ne? Die gute Schlangenlady. Also welchen Auftrag ich eigentlich erfüllt habe. Ihr hier oder von dem anderen Typen? Okay. Zurück lassen. Ach guck mal. Jetzt ist er wieder da. Den Weg haben wir ja schon gefunden. Die Tür können wir ja nicht aufmachen. Komischerweise. Lockiert. Obwohl sie eigentlich kein Sprecher ist. So. Ich weiß nicht, ob ich sie verraten soll oder nicht. Ist doch derselbe, oder? Und da waren die Besonderer, ne? Wehr thee tarnischt. It is the right. Du sagst mir nur, wie ich die Waffe finde, wo ich den Typen... Jetzt ist er hier. Hä? Oh, it's you, is it? Well, nice to see you again. Hä? So you've been invited as well, I see. Then we're comrades in arms henceforth. You watch my back and I'll watch you again. Und ich kann nicht bei dem Bosskampf rufen. I, ähm, I can tell. You're wondering about Lanyer. Well, you see, I... After much internal debate, I've come to realize. Revenge is not the answer. According to Lady Tanith, I've got the stuff of champions. And champions, ironic as it is, are often forced to walk a tainted path. It hit me like a bolt from the blue. That my former thoughts were simple, naivety. Of course, my heart weeps for Lanyer. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lanyer knows this, I'm certain. Fate has laid hard roads for us both. But such is true of any road trod by champions. I'm trying to get something out of here. Regen, einen Moment. Okay, dann quatschen wir noch mit ihm, dann haben wir seine Aufgabe gefüllt, oder? Ah, I had hoped, you'd soon return. I have the reward from Lady Tanith. Take it. It's yours, by right. Lemmy's Wut haben wir bekommen. Let us tread the path of the recusant together, till we reach the miserable death that awaits us. Will it be said, dass der uns sich dann immer gegen uns stellt? Von dem guck ich mir von ihm die Quests auch noch direkt an. Ria... Schauen wir mal, ob wir Ria verraten sollen. Ah, wie man Ria's Questreihe abschließt. Ria, Schlangenform, wie man alle anderen Ria's Questreihe. Okay. 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 Interessant. Also wenn ich Ria töte? Ist das das Böse Ende? Oh, okay. Ich bin immer noch ein Schmerz, aber das wird nicht der Zeit sein. Es wird sich schmerz. Hm. Das war's. Ich habe es versucht, es zu retten, wenn ich... ... das ist ein... 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 ... so eine Frage wird nicht beantwortet... ... hm... ... ich sollte sie erst mal neben lassen, weil... ... äh... ... ich gehe von Talisman... ... bei ihr... ... ok... ... wir waren ein bisschen gekommen, ne... ... genau... ... dann gucken wir mal hier weiter erstmal... ... machen wir Lucky Lucky... ... so... ... hier... ... ein paar Gegner, oder? ... so... ... dann ging hier die Leiter runter... ... genau da wollte ich lang... ... und hier bin ich einfach nur im Kreis gelaufen, ne... ... aha... ... da ist mir gar nichts... ... hier bin ich im Kreis gelaufen, also muss ich die Leiter runter... ... ok... ... dann gehen wir die Leiter runter... ... schau nochmal... ... was finden wir denn hier... ... auf dem Larasee... ... erstmal direkt von der Schrecken... ... dann gehen wir vielleicht... ... nice... ... so... ... einfach mal... ... zwei Zapp kassieren... ... und dann schon die Hälfte von dem weg... ... natürlich nice... ... ... ... also mal schnell töten... ... ein bisschen... ... ... alter Schwede macht ihr einen Schaden... ... kann nicht normal sein... ... und was... ... wirft mich auch noch... ... mit so'n kleiner... ... Uli-Killer rum... ... ... er ist ernsthaft mit einem HP überlebt... ... glaub ich dann nicht... ... schaut das auch noch einer... ... 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 Kommt schon. Hoch sogar? Cool. Hätte ich dem Team einfach so auf die Schnauze hauen können, theoretisch, aber gut. So. Ernsthaft? Weil ich das gerade so verkacke, packt mich das Gebiet jetzt schon ab. Nicht ehrlich. Danke. Ah, stopp schon. Da geht's lang, hier geht's lang. Unnötig für Schaden kassieren kann ich auch, ne? Jawohl. Ah, geht auch gleich hoch. Und dann komm ich da hin oder aus? Dann komm ich auch noch hoch. Äh, erstmal hier lang. So. Wenn der Brücke warm wäre, sind wir von da gekommen, sind wir da angegangen. Naja. Okay. Spiel, du Stein 6. Ist doch schon mal was. Damit kann ich, glaube ich, arbeiten. Nicht unbedingt komplett, aber... 7er wäre besser gewesen, aber... ...atmengstens etwas. Ist doch auch noch irgendwas versteckt. Hier wieder so eine Schnecke haust. So. So. So, wenn ich treffe... ...fuck, ich müsste selber drüber ein bisschen ab. So. So. Oh, was hab ich das für drauf... Oh, ich kann einen Blutungsschaden drauf machen. Okay. Cool. Was ist das? Ach, noch ein Wurm. Noch ein Drache. Okay. Okay. Nee, Junge. Aber... So wie ein Talisman gegen. Jetzt wird er doch nicht mehr, oder was? Dauer. Ah, ich krieg einen Bach von... ...elben Bomben, oder was? Autsch. Okay. Ich mach mal den Blutungsschaden... Junge, du machst grad die komplette Arena... ...in deinem Scheiß-Lava-Zeig vor. Ernsthaft? Jetzt verzaubert der Sack auch noch... ...seine Waffe, ne? Und du bist ein Beyblade gewonnen. Okay. Okay. Kann ich mal bitte Blutungsschaden machen? ... 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 Nerviger Typ. Einfach nur ein nerviger Typ. Okay. Haben das gemacht. So. Ich glaub, da bin ich echt schnell damit, oder? Gefühlt. Ich bin nicht Stein 7, ne? Du hast doch mal was damit anarbeiten kann. Würde ich sagen. Oh, ja, ja, ja. Warum müssen alle Gebiete sind abverkarmen jetzt? Frag ich mich. Lava, Schale, Fäule. Einfach nur Zeug, was dir einfach nur Schaden machen soll. Sonst macht dir einfach nur Schaden. Und was? Hallo, Schlangenmann. Was geht? Hey, da ist ein Beispiel drin. Sehr, sehr, sehr komisch. Ich finde, aber gut. Ist das ein Aufzug hier? Das ist ein Aufzug, ne? Ist auch ein Aufzug. Ja, was bist du für ein Aufzug? Ja, was bist du für ein Aufzug? Wenn wir nicht, denke ich, oder? Äh, ist das ein Götterskalbe? Ich glaub, ja, ne? Ach denn, meine Güte. Im Regen die Taufe, oder was? Ich hab Mana mehr? Mana ist voll, okay. Ich könnte ihn theoretisch rufen. Theoretisch. Na, du bist gern getastelbe. Ich hab ja jetzt aber trotzdem die Magie von denen. Okay Aber du verteidigst dich kaum Schon Sieht ein bisschen noch ein Buzzfight aus, oder? Kann ich mir eine schöne Brücke hochlassen, oder was? So Oh, ich kriege so eine Zwischensekanz Es öffnet sich eine Brücke Okay, die Zug nie rüber, aber hat sie zu Ist diese Brücke aber ein Abschock, weil sie noch so glüht, oder ist das einfach nur so ein Effekt gerade? Da muss ich auch noch so ein Effekt zu sein, okay Ich muss jetzt abkühlen, Gott sei Dank Uff Ob da vorne ist, hm? Guck, ne Glade? Kann das rein? Weiß nicht Na gut, äh, ja wir haben hier noch die Kirche des Todes Was? Ist hier ein Buzz? Ja Doch nicht der Dicke Nö Ich komm hier auch nicht raus 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 Jawoll So, dann geht es auf mich natürlich Ein bisschen Blutfett auf meine Ja, danke, dass ich da ausweichen darf Wenn ich ihn auch sehe Auch ein Schweifershorn noch Das wäre super angenehm Und du kannst einfach durch Wände stechen Ich aber nicht Alter Schwede, was ist das für ein Abfuck-Boss Ah, Junge, Junge Er ist einfach nur zum Abfucken Ah, hätte ich mir leider mit Blutchen falsch gekriegt Ah, Junge, Junge, Junge Ist echt die Falle, wo ich sterbe Und ich muss den kompletten Weg Jetzt nochmal da hinlaufen Ernsthaft? Ich muss den kompletten Weg da jetzt hinlaufen wieder Nicht falsch haben Nein, Gott sei Dank nicht So, tschüss Schnecken Ich glaube, hier ist angenehmer hochzugehen, oder? Wenn ich auch kommen würde Ich würde auch so hart gegen ihn einfach Alles nutzen, was ich habe Und dann kann ich dich An meiner Gerechtigkeit Also einer geht hoch, andere gefährt runter Okay Das ist ein wenigstens ein angenehmer Aufzug Ich muss das sagen Wieso, ich muss mich schon mal mit dem auseinander absetzen Eieiei Oh, ich muss mich schon mal mit dem auseinander absetzen Oh, wo bin ich denn hin? Oh boy Ja Nehmen wir den mal eben Oh, wir können seine Verrüstung fahren Ich weiß So Ja Natürlich bin ich da rein Alter, kann das doch mal auffärmen Alter, ich habe ihn noch keinmal getroffen Aua So Ich hoffe, ich drücke dir richtig schön den Mut durchschauen Nein, also Er drückt mir jetzt mal so eine fette Bumpe rein Wir sollten vielleicht nicht beide in einer Richtung stehen Aua Das hätte mich auch Hartz treffen können Schade Das wird ja fett, ne Dann wird der Schleuder mich nochmal weg Dann überrollt er mich aber die ganze Zeit Dann wird der Blutungsschaden mal vielleicht kommen Oh ja Komm her Nein, warum kommt der nicht? Keine Ausdauer Warum sneak ich denn schon wieder? Ja, da haben wir da fürs Spiel Ja, wir haben ihn aber jetzt gleich Achso, ja klar Das ist wie ein MMO, ne? Ja, 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 genau So, boah Das Schlimme ist Götterskalbe Jawohl Und wir haben eher Haben eine Präsenz bekommen Cool Und da fällt was runter Aha Ähm, ja Achso Wir kriegen ja auch nochmal einen Punkt direkt Cool Ähm, ja Und was ich sagen wollte war Dann kriegt ihr noch einen Doppelkopf mit dem Schlangentyp Äh Das muss das ätzend sein So was kriegen wir hier Schlangen Schlangenammonium Was ist das? Wahrscheinlich ein Schlüsselobjekt, ne? Äh, da Ammonium war nur Anmonium einer Mutter Mit ungeplantem Nachwuchs Ammonium aus dem Leib einer Mutter Äh, die hat in die Ammon gewollte Ergebnisse Einer wiederwertigen Geburtsritual Aufstrug Trocknet niemals aus Und bewahrt sich seine Feuchtigkeit Bis in alle Ewigkeit Ist ja da so ein Embryo drin? I? Okay, also wir müssen den jetzt verlieren Hier geht's jetzt weiter, oder was? Zwar in der anderen Richtung? Ja, wir Rasten erstmal, komm, ja Wir rasten erstmal So 104.000 Oh Gott, dann gebe ich nochmal eine Rune aus Zack Was machst du? 6.000 Warte mal Wie viel brauche ich? Ich brauche noch 30.000 Wunden Äh Was machst du? Guck mal 20.000 Okay Und du machst Wie viel? 3.000 Äh, nochmal Zwei von denen Glaub ich So, dann habe ich jetzt Nuk Oder? Ja, habe ich Glück Da können wir nochmal unser Geschick Ne Unser Geschick Skill Zack Zack Wir sind Level 146 Und kriegen immer noch auf die Schnauze Müssen mal anmerken So ein bisschen So, also können wir jetzt wieder hier hingehen Wir können aber jetzt hier über die Brücke auch gehen Die wollte ich nicht Und einen anderen Aufzug kann man auch noch Stimmt Einen anderen Aufzug machen eigentlich Lass uns den anderen Aufzug mal machen Weil hier habe ich ja jetzt einen Checkpoint Aber ich glaube, der führt gar nicht irgendwo hin, oder? Der führt da, wenn er rumzer Und da unten Warte, dann waren wir, ne? Der führt da, wenn er hier runter Wow Hier war der Wurm Magma Lindwurm Jetzt auch nicht wiederkommt, oder? Ah, der weg bleibt, okay Schade Ich dachte, wir hätten vielleicht noch irgendwie einen Pullenweg oder so Aber wir haben aber noch einen anderen Weg Über die Brücke, ja rüber Können wir da hoch, theoretisch Oder wir gehen durch die Brücke? Beide Optionen haben wir Erstmal durch die Brücke, würde ich sagen Weil hier ist, glaube ich, irgendwie Gut, dann würde es weitergehen Und wenn wir wohl hier gezockern, würde es weitergehen, ne? Mal fragen, mal fragen, ja Wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Da sehe ich auf jeden Fall schon mal Loot Ich frage es auch schon wieder so lang, wir fitten gerade auf Ah, ich schaue noch eben, was es hier gibt Machen wir das Kampf? Ah, ne, ne, heute Gnade nochmal Oh Ach, hier? Warte mal Ach, hier sind wir jetzt Ah, wir sind jetzt hier Ist wieder das Dorf, ne? Ja, hier ist das Dorf Mit Riesenschlangen, Mann Wenn ich kämpfen will Hey Ah, hi Ach, hier hast du dich dadurch stagger den letzten Endstopp Sagst du easy besiegen, letztend So, da komme ich irgendwie auf die Dächer noch drauf Äh, das war gerade, da wäre Loot, aber ne Wir haben das einen fatalen Fehler gemacht. Sollen wir noch da rüberkommen können, ne? Da droppen wir uns mal hier hin. Ist der Kollege noch? Ach, komm, da geht es auch noch lang. Könnte ich da jetzt lang? Aber gucken wir uns mal, was hier ist. Hier ist auch noch ein Weg. Was ist das denn hier für ein Weg, ey? Keine Ahnung. Wo bin ich hier? Okay, einfach nochmal ein Gebiet gefunden. What the fuck? Ja, da wollte ich eigentlich hin, aber da komme ich ja... Jetzt hier auch nochmal lang. Scheinbar, irgendwie. Und ist das... Ach, nee, ah, hier sind wir. Okay, da sind wir rausgekommen. Von hier sind wir hier schon geklettert. Okay, da waren wir schon. Wir waren hier unten drunter noch nicht. Ei, ei, ei. Wir potzen meine Feinde. Okay, da waren wir da. Die Spellen, da Schlitter haben wir bekommen, okay. Die haben mich angegriffen. Ihr habt es alle gesehen. So, dann kommen wir uns schon hier noch eben rum. Eine goldene Rune 9. Geil. Scheint, bist auf dieser Schild? Hm. Ihr seid alle cool oder was? Und die zwei haben mich angegriffen. Warum? Die Steine 6. So. Wenn es sich einfach fehlt, wenn man eine schwere Rolle hat. Das ist, wenn es die ganz schwere Rolle hat. Ja, wie komme ich da hin? Das ist jetzt die nächste Frage. Okay, gut. Dann gehe ich nochmal hier. Junge, Junge, Junge. So viele Wege, so viel alles. Ich bin überfordert. So, dann gehe ich einfach nochmal hier lang. Dann rede ich einfach mal, ja. Dann hier runter. Oh, guck mal, jetzt leuchtet der. Leute, Leuchtaugel, es gibt ja auch mehr. Das ist mir aufgefallen, wo ich diesen Vogel gelootet habe. Das ist mir auch aufgefallen. Aha. Ich habe schon gedacht, dass da noch was ist. Äh. Ah ja, hier war ja auch was. Klar, ich bin ja hier schon hingegangen, ne? Muss ich einen Jump schaffen. Äh. Habe ich mir schon gedacht, bei dem Dings, das ist da. Ah. Ja, geschafft. Ein bisschen geglitscht dabei. Ah ja, ich habe da einen Schwertschluss. Okay, cool. Überdenen. Und da. Machen wir nochmal geholt. Dann geht es also noch hier lang. Okay, gut. Äh. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Scheiße. Es tut mir leid. Okay, gut. Dann gehen wir hier jetzt nächstes Mal weiter. Und da konnten diese Tempel von Eigel Äh. Das nächste Mal. Also. Heute rein. Ciao, ciao. Ich hoffe. Bis zum nächsten Mal.